Es gibt auch portable Versionen von so einer Einheit, die ist von den Leistungsleitern ein bisschen eingeschränkt gegenüber der fest eingebauten, aber prinzipiell ermöglicht es diese portable Einheit zum Beispiel auch Gastfahrzeuge in sein eigenes Netz aufzunehmen und fahren zu lassen. Das bietet keine andere Sicherungstechnik, dass sie portable Sicherungstechnik einbauen können.